Es ist eine eigentlich unmögliche Entdeckung. Einen so alten Stern dürfte es gar nicht geben, aber es gibt ihn. Ein US-Astronomie-Team hat wohl einen der ältesten Sterne überhaupt in unserem Kosmos entdeckt und dieser 13,5 Milliarden Jahre alte rote Zwerg entstand wohl nicht nur aus der ersten Sternengeneration nach dem Urknall, sondern liegt sogar direkt in der kosmischen Nachbarschaft unserer Erde. Warum das eine unmögliche Entdeckung ist, erfahrt ihr jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich Willkommen! Los geht's! Am Anfang war der Urknall, ein unendlich kleiner Punkt, aus dem alles entstanden ist. Mit der Zeit bildeten sich die ersten Atome, Moleküle, Sterne entstanden, Planeten und Galaxien. Doch die ersten Sterne dieser Generation müssten eigentlich längst ausgebrannt sein. Doch bei diesem Exemplar ist das anders und das stellt die bisherigen Erkenntnisse der frühen Sternen-Entstehung auf den Kopf. Auf die Schliche gekommen ist das Forschungsteam der University of Baltimore, dem Uraltstern mit Hilfe des Gemini-South-Teleskops und des Magellan-Clay-Teleskops in Chile. Der rote Zwerg befindet sich im Doppelstern-System, den unaussprechlichen Namen haben wir jetzt unten eingeblendet. Da sind ein bisschen viele Zahlen drin, direkt neben einem großen Stern, der Astronomie-Teams schon vor einiger Zeit aufgefallen war. Und zwar weil dieser sehr arm an schweren Elementen ist. Bei Sternen ein Hinweis auf ein extrem hohes Alter. Doch jetzt gelang es den kleineren der beiden Sterne, den roten Zwerg, genauer zu analysieren. Und das ist wirklich verrückt. Er ist sehr klein, verfügt über etwa 14 Prozent der Sonnenmasse und ist extrem arm an schweren Elementen. Also noch ärmer als der größere Sternensystem. Und damit gehört er wohl zu den metallärmsten Sternen überhaupt im gesamten Kosmos. Das alles konnte durch sein Lichtspektrum ermittelt werden. Das Forschungsteam selbst ist total überrascht von dieser Entdeckung, denn nach ihrer Einschätzung könnte der rote Zwerg ein stolzes Halter von eben 13,5 Milliarden Jahren haben. So liegt die Vermutung nahe, dass der Uraltstern direkt aus der allerersten Generation von Sternen nach dem Urknall entstanden ist. Und diese Erkenntnis stellt unsere bisherigen Vorstellungen über das Alter und die Entstehung unserer Galaxie in Frage. Denn gängigen Theorien zufolge sind Sterne, die so kurz nach dem Urknall entstanden sind, eher kurzlebig und könnten demnach keinesfalls eine solche lange Zeit bis heute überdauern. Die genaue Analyse des rote Zwerges widerlegt jetzt doch diese Annahme. Dazu Kevin Schlaufmann, einer der beteiligten Forscher. Dieser Stern ist gut gealtert, er sieht heute genauso aus wie zur Zeit seiner Entstehung vor rund 13,5 Milliarden Jahren. Wenn unsere Schlussfolgerungen korrekt sind, dann könnten einige dieser massearmen Sterne eine Zusammensetzung haben, die der des Kosmos direkt nach dem Urknall entspricht. Der Uraltstern ist aber auch noch in einer anderen Hinsicht eine große Überraschung, denn er liegt direkt in unserer Nachbarschaft. Er kreist um das Zentrum der Milchstraße unserer Galaxie. Diese Position des Zwergsterns wertet das US-Forschungsteam als Indiz dafür, dass auch andere Teile unserer galaktischen Umgebung älter sein müssen, als wir bisher annehmen. Zudem weckt der Sensationsfund die Hoffnung, zeitnah mehr von den lang gesuchten Sternen der ersten Generation aufzuspüren. Modellen zufolge sind diese aus der Urmaterie entstanden, die vom Urknall stammt. Die Entstehung dieser Sterne der ersten Generation hat das Universum und seine Evolution extrem beeinflusst. Denn in ihrem Innern haben sich dann wohl alle schweren Elemente gebildet, die notwendig für das Leben sind. Beispielsweise Eisen, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Erst dadurch konnten sich Planetensysteme wie das unsere bilden und entwickeln. Doch noch ist dies der erste Stern dieser ersten Sterner-Generation, der gefunden worden ist. Mit der Entdeckung dieses roten Zwerges steigen jetzt also die Hoffnung mehr davon zu finden und wenn es dazu etwas Neues gibt, erfahrt das natürlich hier. Abonniert dafür am besten auch den englischen Kanal, dafür hier klicken, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren und darunter geht es weiter mit Will Alien Message Endanger Humanity. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. Stay tuned! See you soon!